Ich höre immer wieder die Frage, Sebastian, du hilfst ja, deinen Mandanten ins Ausland umzuziehen und weniger Steuern zu bezahlen, aber sind nicht Steuern und auch angemessene Steuern wichtig, damit so alles im Staat funktioniert und davon profitiert ja dann jeder? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Erstmal, es ist natürlich richtig, wir helfen unseren Mandanten oftmals Unternehmern, Freiberuflern und Investoren ins Ausland umzuziehen und ihre Steuerlast damit dramatisch zu senken. Während ja in Deutschland zum Beispiel oder auch in Österreich sehr hohe Steuern aufgerufen werden, wenn man das mal alles zusammenrechnet mit Sozialabgaben und was da sonst noch so fällig wird, schnell mal die Hälfte deines Geldes weg. Und da kann man dann natürlich in anderen Ländern doch schon sehr viel günstiger leben. Es muss ja nicht gleich Dubai sein, wo es überhaupt keine Einkommenssteuer gibt. Es können ja auch Länder sein, wo man so zum Beispiel 5 bis 10 Prozent Steuern bezahlt. Nun, es finden einige tatsächlich überhaupt die Idee unmoralisch, dass man hier die Steuerlast versucht, legal wohlgemerkt zu optimieren. Ich würde nie irgendjemandem raten, hier illegale Tricks anzuwenden, um der Steuer zu entkommen oder auch irgendwelche Tricks im Graubereich. Das ist natürlich absolut nicht akzeptabel und auch sehr riskant, ganz davon abgesehen. Das heißt, meine Devise lautet ganz klar, wenn du in einem Land wie Deutschland oder Österreich leben willst, dann musst du auch die Steuern zahlen, die es eben dort zu zahlen gibt. Natürlich in jedem Land gibt es leichte Optimierungsmöglichkeiten, aber tatsächlich große Veränderungen wirst du nur erreichen, wenn du ins Ausland umziehst. Und wenn man dann eben mal mit den Befürwortern hoher Steuern ins Gespräch kommt und man fragt, wieso glaubst du denn, dass so hohe Steuern hier zum Beispiel in Deutschland, zum Beispiel in Österreich notwendig sind, dann wird eben auf die Infrastruktur, die Sozialleistungen und so weiter angesprochen. Dem entgegne ich dann immer, naja, schau dir mal die Schweiz an. Natürlich beileibe kein Nullsteuerland oder sowas, aber dennoch steuerlich erheblich günstiger. Und dort gibt es bessere Straßen, vielfach bessere Sozialleistungen, ein besseres Gesundheitswesen und die Züge sind auch pünktlich. Also allein die Höhe der Steuern kann es ja nicht ausmachen. Ich gehe dann weiter und sage, tatsächlich ist es so, dass in Hochsteuerstaaten wie Deutschland oder Österreich vielfach Steuermittel verschwendet werden. Tatsächlich ist es so, dass die Steuergelder, für die du hart arbeiten musst, im Schweiße deines Angesichtes oftmals für Dinge ausgegeben werden, mit denen du absolut nicht einverstanden bist. Es scheint, dass man so viel Geld hat, dass man nicht mehr weiß, wohin damit oder aber man hat eben seine Prioritäten völlig falsch gesetzt, was wir ja immer wieder auch in Deutschland beobachten können und natürlich in anderen Ländern, Österreich, Frankreich, Italien und wie die ganzen Hochsteuerländer alle heißen, natürlich auch. Bestes Beispiel dafür ist der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden. Das war nun wirklich nicht überraschend, denn es war bekannt, dass diese Brücke hier marode ist und das seit Jahren. Ein Neubau kostet ungefähr 100 Millionen Euro, aber dieses Geld scheint man scheinbar nicht zu haben in Deutschland. Kein Wunder, denn man verprasst es ja an allen Ecken und Enden, nur nicht für die eigene Bevölkerung, nur nicht für die eigene Infrastruktur. Bestes Beispiel hier natürlich die Entwicklungshilfe. Im Jahre 2022, und das sind die letzten Zahlen, die vorliegen, hat Deutschland über 33 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe im Ausland ausgegeben. Auch hier natürlich grundsätzlich keine schlechte Idee, ärmeren, schwacheren Ländern zu helfen, aber ist das, was wirklich passiert ist. Dazu wollen wir uns hier mal eine Statistik anschauen von Statista, die aufschlüsselt, welches Land Entwicklungshilfe von Deutschland bekommen hat im Jahre 2022. Ganz oben, nicht wirklich überraschend, die Ukraine. Wir wollen jetzt hier keine Diskussion über den Ukraine-Krieg anfangen. Das ist sicherlich interessant, aber ein anderes Video. Syrien, auch hier sehr interessant, über 600 Millionen Euro sind 2022 nach Syrien geflossen. Ich vermute, dass hier die Motivation ist, dass man sagt, man möchte dem Land helfen, damit nicht zu viele Flüchtlinge nach Europa kommen. Inwieweit das Früchte trägt, wird man wohl sehen müssen. Ganz besonders überrascht war ich hier, dass 500 Millionen Euro nach China fließen. China hat eine Volkswirtschaft, die ist größer als Deutschland. China sorgt dafür, dass die deutschen Autobauer so nach und nach Pleite gehen und aufgeben müssen. Und sie bekommen tatsächlich von Deutschland noch 500 Millionen Euro Entwicklungshilfe. Das Gleiche könnte man über Indien sagen. Nun, Indien, natürlich gibt es da viel Armut, aber man muss mittlerweile sagen, dass natürlich die indische Wirtschaft gigantisch gewachsen ist. In den letzten Jahrzehnten. Sie ist mittlerweile größer als die Volkswirtschaft von Frankreich oder von Italien oder von UK. Das sind alles Länder, die ja auch von Deutschland keine Entwicklungshilfe bekommen. Aber Indien bekommt immer noch 450 Millionen Euro. Hier ist meiner Meinung nach einiges im Argen, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass so wichtige Infrastrukturprojekte wie eine Brücke in Dresden offensichtlich jahrzehntelang vernachlässigt werden. Wie man immer so schön sagt in der Kirche, Nächstenliebe beginnt zu Hause. Das heißt, man muss zunächst mal das eigene Haus in Ordnung bringen und erst dann kann man hier letztlich Geld dann auch an andere weitergeben. Insbesondere, wenn die anderen selbst ziemlich reiche Länder sind. Ein anderes Beispiel sind die ganzen Ausgaben des Staates für ideologisch motivierte Projekte. Ein besonders schönes Projekt in dieser Liste ist das sogenannte Berliner Register, das auch der Bund deutscher Steuerzahler anprangert. Hier gehen offensichtlich Menschen in Berlin herum, suchen nach Postern, Aufklebern, Stickern oder Schmierereien, die hier zum Beispiel nicht genderfreundlich sind oder antifeministisch. Diese werden dann in ein Register eingetragen. Hier siehst du einen Screenshot. Für mich unvorstellbar ist die Summe, die für dieses Projekt ausgegeben wird. 900.000 Euro im Jahr muss der Steuerzahler hier hinlegen, damit dieses Register in Berlin geführt wird. Es ist absolut unglaublich. Und natürlich darf auch hier die EU nicht fehlen in unserer Liste der Geldverschwendungen. Insbesondere möchte ich hier das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei nennen. Ziel dieses Abkommens ist ja, dass hier letztlich die Türkei sich darum kümmert, dass nicht so viele Flüchtlinge in die EU kommen. Sag ich mal so ganz stark vereinfacht gesagt. 6 Milliarden Euro wird hier der Türkei gezahlt für syrische Flüchtlinge. Aber der Europäische Rechnungshof, also eine EU-Behörde, kritisiert nun, dass sich niemand in der EU wirklich darum kümmert, was mit diesem Geld passiert. Keiner hat wirklich eine Ahnung, was die Türkei macht. Hier muss keine Rechenschaft abgelegt werden seitens der Türkei. Es ist wahrscheinlich eine gigantische Geldverschwendung. So, das sind nur drei Beispiele, wie deine Steuergelder hier verwendet werden. Und da muss man natürlich als vernünftig denkender Bürger sagen, will ich das wirklich mitmachen? Muss ich das mitmachen? Natürlich, wenn du jetzt nicht aus Deutschland, Österreich oder aus einem anderen Hochsteuerland wegkommst, weil du dort gebunden bist, familiär, beruflich oder wie auch immer, dann muss man eben leider akzeptieren, dass man daran nichts ändern kann. Aber wenn du jetzt etwas daran machen könntest, wenn du sagen könntest, ich zahle zwar Steuern, am besten an ein kleines Land, weil meistens ist es so, dass kleine Länder hier nicht so schnell den Größenwahn verfallen. Es gibt auch gegenteilige Beispiele, natürlich. Aber oftmals werden kleine Länder nicht größenwahnsinnig. Sie bleiben sparsam. Sie orientieren sich daran, was sie haben. Sie machen nicht unbedingt zu viele Schulden. Lieber zahlst du deine Steuern dort. Lieber bist du dort steuerpflichtig. Denn diese Staaten haben normalerweise auch nicht die Kapazitäten, hier ihre Bürger zu unterdrücken, zu überwachen. Was man von der EU ja nicht gerade sagen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was da noch alles hier seitens der EU im Rahmen der AMLA, Vermögensregister, Vermögensteuer und so weiter auf uns zukommt. Also du solltest dir überlegen, habe ich das Gefühl, dass meine Steuergelder wirklich sinnvoll verwendet werden? Oder könnte ich nicht sagen, ich ziehe ein anderes Land um, zahle viel weniger Steuern und dann entscheide ich, was für mein Geld passiert. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du gerne Geld spenden möchtest, zum Beispiel für die Versorgung von Flüchtlingen, was ja etwas sehr Positives ist, keine Frage, oder du hast einen anderen karitativen Zweck, wo du hier deine Mittel gerne investieren möchtest. Gegen Diskriminierung zum Beispiel. Dann kannst du ja dann dein Geld, was du verdient hast, an eine entsprechende Organisation, an eine Stiftung oder was auch immer spenden. Und dann hast du Selbstkontrolle, was mit deinem Geld passiert. Wirst aber nicht gezwungen, deine Mittel hier in Projekte zu investieren, die dir selbst absolut fern sind und die jetzt absolut nicht hier mit den ureigensten Aufgaben des Staates zu tun haben, die dieser ja offensichtlich ohnehin nicht besonders gut wahrnimmt. Und das ist genau mit ein Grund, warum viele auswandern. In Deutschland waren die Steuern schon immer hoch. Früher haben sich die Leute gesagt, naja, die Steuern in Deutschland sind zwar hoch, aber ich bekomme auch was für mein Geld. Es ist sicher, der Staat gibt sein Geld sinnvoll aus, zugunsten der Bürger. Ich habe eine hohe Lebensqualität und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das in vielen anderen Ländern auch gegeben, zu viel günstigeren Steuersätzen. Und daher würde ich auch dir raten, dir zu überlegen, ob du nicht besser im Ausland aufgestellt bist und dort mehr Geld, mehr Freiheit hast bei viel weniger Staat, als weiterhin dich hier unterdrücken zu lassen in Hochsteuerländern wie Deutschland, Österreich, Italien und wie sie alle heißen. Wenn das ein Thema ist, was auch dich interessiert, wenn du weg möchtest, wenn du auswandern möchtest, wenn du als Unternehmer, Investor oder Freiberufler sagst, ich habe genug, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, genau das zu tun, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.